Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum 200 Abonnenten Special für die X-Boxer unter euch. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass da mir jetzt so kurzfristig nichts anderes eingefallen ist, aber ich hoffe, ihr nehmt mehr sich allzu übel. Ja, worum geht es, das hatte ich ja schon angekündigt im Announcement, wer das verfolgt hat, wer das gesehen hat. Ja, das Silberteam und Bronzeteam steht zur Verlosung. Was müsst ihr dafür tun, um das Team zu gewinnen? Ganz einfach, ihr müsst in die Kommentare schreiben, euren Gamertag Xbox 360, welches Team ihr gewinnen wollt und warum ihr das Team gewinnen wollt. Ohne Begründung gilt die Teilnahme nicht. Silberteam steht zur Auswahl und das sneaky, sneaky englische Team mit vielen hohen Werten an Geschwindigkeit. Also das ist echt nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich glaube, 85 ist es, ne, 84 ist das niedrigste. Jetzt auf die Außenbahn bezogen, Innenverteidiger, Zentrale, Mittelfeld da jetzt mal außen vorgelassen. Also das ist schon nicht schlecht, damit kann man auch viel machen. Die Spieler sind doch relativ viel wert, also und für FIFA 12 Neueinsteiger, ich muss ein bisschen lachen, weil FIFA 13 jetzt bald draußen ist. Und ja, wie lange geht dieses, geht die Verlosung? Ganz einfach, kurz und knapp. Ich will's ab heute, also Upload ist ja, Ab-Upload, okay, so ab-Upload, ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ab-Upload bis Sonntag um 8. Es ist keine lange Zeit, da ich denke mal, wir wollen ja auch schnell FIFA 12 noch alles loswerden für euch, also Ab-Upload bis Sonntag um 20 Uhr deutsche Zeit. Das ist, denke ich mal, angemessen, das passt auch. Und WinnerPlayer ist die letzte Folge, es wird die dritte und letzte Folge geben, vielleicht am Samstag, vielleicht Sonntag, ich weiß nicht wann die kommen wird, auf jeden Fall WinnerPlayer 3 ist die letzte Folge und dann das Goldteam verkauft. Und dann werden Münzen ausgeschüttet an euch, da kommt auch nochmal ein Video zu raus. Also wie gesagt, aber das hier ist das Zeug und Abonnenten-Special. Ihr könnt das Giveaway so gesehen damit hinzunehmen, das Münzen-Giveaway. Wie gesagt, in die Kommentare euren Xbox Live Game Attack, Begründung welches Team ihr haben wollt und warum ihr das Team haben wollt. Und dann läuft das Ganze, denke ich mal von selbst. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Ja, ich wünsche euch dann ganz viel Spaß bei der Teilnahme und auf eine gute Zeit in FIFA 13. Ich hoffe, dass ich viele von euch in FIFA 13 wiedersehen werde und auch mal gegen die ein oder andere natürlich zocken werde. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wünsche euch viel Glück bei der Teilnahme. Die Auslosung bzw. die Gewinnermittlung wird über Zufallsgenerator erfolgen. Jetzt habe ich glaube ich alles Wichtige genannt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Eure SIE-Blogger Sascha und Julia. Macht's gut, ciao. Eure SIE-Blogger Sascha.